weiter geht's im akt 2 so wollen wir sein hoch ach so wir müssen ja ich glaube jetzt müssen wir hier die komischen säuberung von caldeum jetzt ist event das hier wurde die dinge befreien muss ja ich glaube ja ja läuft einer hoch einer runter ich geh runter wo die leute hier sind na ja kommen wir alle mit achtung ich komme runter geschafft dann Erfolg gekriegt ne noch nicht geschafft ne da sind noch zwei ich bin nämlich schon rein nicht so hell ach die kämpfen jetzt aber mit der rennt immer wieder weg weil der gegen einen kämpfen will ja jetzt haben wir es geschafft jetzt müssen wir nach oben jetzt geht's ja wir schon soweit dass wir gegen wir kämpfen müssen ist das jetzt schon ist nicht das ist jetzt so aus dachte wir hätten noch ein bisschen vor uns wir hatten ja letztes gibt es gemacht mit Zoldo na doch jetzt muss das kommen das ist jetzt nicht mal was noch dazwischen kommen sollte der Oase waren wir ach doch wir waren in den Archiven oh dann bin ich ja mal gespannt wo bist du hier kann ich schon denken Schutzschild angemacht hier sind Dings oh noch blaues Zeug ne was gelbes getroppt hier haben wir Handschuhe oder was ein schlechter hier kannst du mal gucken ich glaube nicht dass ich hier was doch bringen wir was dann los die aus den unsichtbaren ja ja da sind aber was war das hier die Explosion mit der du Damage machst Stimmt Elite da vorne noch Stunt jetzt hab ich sehr gestunt gibt so wenig Zorn jetzt was gewöhnt Schwur die bringen mir aber nix oh ne ring der bringt was jetzt geht's rein oh god krass dann sind wir schon act 3 also sofern wir jetzt gewinnen n das hoff ich doch ja ich glaub mal gucken wie der Mensch der macht das hast du wenn du noch die drei oder vier hast du noch diese Schildding ne was machst du da äh was das boostet nochmal irgendwas ne Widerstände oder was das Schild was du Anti-Werk hast genau weil ich kann noch das Schildschild nehmen wer ist Stunt zuerst ich vorbei gestern achso achso aber ich dachte gerade das geht nicht mhm oh guck mal wie schnell wir den runterkriegen siehst du das ähm was geht ja aufladen aufladen Zorn ist zu langsam shit Punktzeiten sind relativ lange ja ja aber der ist gleich tot ja böse jetzt aufpassen mit dem grünen Zeug nachher ne ich bleib hier unten und du gehst nach oben so ein bisschen heise das ist richtig der ist nochmal voll stimmt ja oh Gott oh ne oh das geht aber haut drauf haut drauf ich glaub's dran kann man den gar nicht ne ne kann man auch nicht aber Damage machen kann man mit dem mit der zwei oder wo du das hast die kämpfen noch mal mit sehr cool meint rechtsklick immer rechtsklick drauf jetzt weg doch das macht schaden was er ja das macht schaden aber geht trotzdem gut aber schaut mal locker machen wir kaputt wenn es mal wieder länger dauert gleich haben mit der kann ich durch benutzen ja ist eine stangenwaffe legendär hast du aufgenommen alles noch nicht dauert bei mir und wissen auch bienmagellos und gepasst gehen wir erst in die stadt jetzt kommt schon irgendwas jetzt kommt es mal ende okay levelt du auch mal kurz in die stadt hier mit teleportieren und dann gucken wir uns mal zurückkehren quatsch ich mal den noch mal schauen und was kämpft bekommen wollen wir schon nächster aktor klick mal den typ mann gehen wir noch schon den nächsten akt 3 nächster der akt heute bekannt sein wenn 49 ja wir müssen das kurz runter laufen in die stadt sachen bei den speicherpunkt als haben wir nicht so viel dafür gemacht in dem akt aber ich glaube jetzt hier in dem geht es nachher mal ab ich mal kurz hier was wir jetzt haben und skills müssen wir auch machen ob wir jetzt gar nicht auf geachtet einhandschuhn mit sockel macht quik ja kennst du das noch ich habe noch mal an oder ich weiß ich habe chance bei einem treffer eine härter mürderischer kühe herbeizurufen aber die macht 60 prozent mehr der match zu meiner jetzigen ich habe minus 50 prozent durch den sockel drin ich habe auch so getan ich müsste das rote reinmachen dann müsste ich gucken wie viel das machen kann ja leider keine roten geben ich habe jetzt meinen gesorgt ist mehr als ich also ich könnte dann halt auf zwei handwaffe aber dann mache ich halt zähigkeit minus und heilung minus markierung wie das bloß macht also ich habe jetzt 11.000 schaden ist geil 11.000 jetzt mit dem ding ich habe das mal schnell das rote muss da rein oder krit er rot bringt noch am meisten weil krit bringt jetzt noch nichts weil wir noch keine chance haben ne bringt mir die wache nix krass kannst du gleich wegschreiber 5 prozent ja weil du hast hast du aktuell ein hand oder zwei hand ein handwaffe das ist die gut ja also die ein hand ist über sie ich habe scheinbar ach so und das andere mal angucken und ich habe noch schuhe die besser sind ich traute auch meine alten schuhe beim beim schmied der kopfschutz mit sockel plus 2 prozent schaden plus 15 prozent zähigkeit oder ist doch gut erhöht den schaden von gesegneter hammer um neun prozent haben wir den drin neun 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 habe ich nicht gesegneter hammer das waren glaube ich die dinger die um dich herum fliegen dann oh das bringt auch was die armen schienen so ich habe die handschuhe gedroppt ne da oben noch im schmied ich habe meinst alles weggehauen ich gucke jetzt noch mal kurz wegen den skills ob hier was ja war glaube ich schon was kann man in die in den kopf für ein ding rein machen kopfschutz 33 prozent mehr gold für den gegnern 19 leben ne 19 prozent leben ja leben ist das beste ja leben gilt hat sich nichts geändert von dem was wir nutzen 38 prozent zähigkeit dazu oh das ist gut so ansonsten ist jetzt nichts der rest kann gescheitert werden 2 prozent 6073 boah 100.000 zähigkeit habe ich jetzt das ist 100.000 oh ich habe ein bisschen mehr ja gut du möchtest sein dass du mehr hast 196 paragon macht echt viel aus dann ne ja die rechts ist noch der handschuh falls du nicht brauchst dann machst du ja auch weg beim schmied ok stiefel meinst du ach stiefel ja ja stimmt ne bring mir nix dann hau gleich weg stiefel wie komme ich auf handschuh so gut dann können wir gehen wir mal gucken wie wir zurechtkommen hier akt 3 ach das wird ganz locker und leicht obwohl mein ding sind ja zugekommen mein schaden ist nie hochgegangen immer noch bei 6000 oh hier geht sie schon los nö die sind ja schon alle angeschlagen na gut das sind die ersten ach hier war auch kurz zu sehen was boah ich weiß das gar nicht mehr alles hier von den wir haben das notfeuer gesehen wir müssen die restlichen entzünden aber die personen sind überall boah der hält ein bisschen aus ja die halten ziemlich lange aus das merke ich auch wenn ich hier abenteuer über das spiel die fliecher sind übel echt ja weil die kleinen hier so das geht alles aber der große grüne Elite Elite oh mit reflektieren hier oben boah oh hab ich weg so jetzt hoch wollte ich mal oh das war gut ja komm her jetzt ich glaube es ist die genauen im qualmodus schnell dort ja aber nicht quali mit dem charakter da kannst du hopp kloppen dann ja 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 es geht noch vom damage her muss ich ehrlich sagen dafür dass wir meister spielen Oh, es geht auch vom Level schnell. Guck mal, wir sind jetzt schon wieder... Ja, ich bin schon wieder vorangekommen. Oh, wir müssen hier hoch, ne? Wir müssen hier jetzt die Dinger anzünden. Na, ich muss schon alleine, muss schon ein bisschen länger drauf haben. Das ist schon mehr schade. Machst du den gleichen Skill denn mit dem Dings ja, ne? Keine Energie mehr, ey. Exquisita Essence. Ah, Phantom müssen wir auch um anziehen, ey. Ach, Alter. Ja. Ja, ist jetzt das Gebiet hier vor Steinfurt, was immer kommt. Kommt ihr näher? Ja. Ja. Ich stecke irgendwie alles an, Gewohnheitssache. Ich zünde an. Kriegen wir Hilfe? Ja. Was getroppt? Ja. Das wäre echt cool. Ja, stimmt. Da müssen wir jetzt hier rechts runter. Ja, stimmt. Da müssen wir jetzt hier rechts runter. Ja. Oh, guck mal hier. Lauf rein und drück die Dings-Taste. Hey, hier rein springen. Geh hoch. Ach so. Ach hier. Oha. Oha. Oha, hast du den da weggemacht? Der ist relativ stark, ne, der Skill? Der geht ganz gut. Boah. Das haut ja ab. Ist das doof? Boah. Boah. Hausgekotzt, schnell. Hast du grad auch den Skill aktiviert? naja oh was geil ist überhaupt äh lite Oh, die geht nochmal schnell down. Klingt aber gut. Die Ketten sind great. Das ist schön. Da geht die Ablinkszeit eigentlich, finde ich. Das geht nicht so lange, ne? 15 Sekunden. Ach, wir müssen hier hoch. Auf die... Auf die Mauer. Auf der Mauer, auf der Mauer. Guck mal, drei haben wir da schon. Gleich haben wir vier. Also kommen wir hier ab drei doch relativ gut zurecht. Oh, wir gehen hier weit. Na. Läuft. Oh. Oh, die laufen mal weg. Die kleinen Grünen, ne? Ja. Stößt das immer weg oder ist das wieder ohne? Stößt immer weg, ne? Oh, jetzt kommt der, aber der geht schnell down. Oh, wir haben ja überhaupt nichts getroppt, ey. Doch, ein gelbes. Aber ich glaube, das kam von der Elite gerade. Bei mir haben wir nichts von Menschen, nix. Dass man die Erfolge alle nochmal kriegt. Ich glaube, da haben wir irgendwas resetet, glaube ich, oder so. Oder alles das, äh, pro Charakter, pro Ding. Ja, aber hell erleuchtet das, glaube ich, das Erfolg, den du hast, wegen der Zeit, ne? Das kann man auch sagen. Obwohl. Ne. Komisch. Hier müssen wir rein jetzt, oder? Ich glaube, es wird hinter euch stecken lassen. Ja. Ja, gut, würde ich sagen, gucken wir mal in Steinfurt, nächstes Mal, ne? Ja. Machen wir erstmal Pause für heute. Da, machen wir mal in die Stadt. In die Stadt zurück. Das stimmt, ich müssen wir sowieso her, oder was? Hä, da blinken. Die Rehe blinkt. Was hat er? Ach, doch nicht. Gucken, was haben wir eingesammelt? Ah, nee, du wolltest ja kein Zweihand, ne? Oh, mehr Zähigkeit. Guck mal, hier eine Schulter. Ja, die bringt mir was. Ja, die sah jetzt gar nicht mehr schlecht aus. 2% und 4%. Der Rest ist Quatsch. Der Rest tue ich auch ein Schmerzen. Und dann nochmal Schluss für heute, ne? Und dann das nächste Mal geht es in Mark III weiter. Ja. 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 Vielen Dank.